Hallo und willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Ich bin der Dennis, auch bekannter als Denyu hier auf YouTube, vielleicht kennen mich einige von euch, wahrscheinlich eher nicht. Ich bin der älteste von uns dreien auf diesem Kanal und bin staatlich geprüfter Assistent für IT-Systeme. Spielen tue ich schon seit meiner frühen Kindheit. Angefangen hat meine Sucht mit Tetris und Mario auf dem Gameboy von meiner Schwester. Aber das tut auch nichts zur Sache, denn eigentlich würde ich euch nur kurz sagen, was ihr von mir erwarten könnt. Und ich werde mich vor allem um Abenteuerspiele wie Tomb Raider und RPGs wie Fallout kümmern. Und ich werde auch Sachen wie Halo machen, da habe ich die ganze Reihe geplant, also 1 bis 5 und vieles mehr. Und für mich ist YouTube auch nur ein Hobby, aber das macht mir sehr viel Spaß und das motiviert mich auch mehr, oder öfter mal Spiele durchzuspielen, als wenn ich sie jetzt nur alleine spielen würde. Ja, das ist eigentlich das, was ich sagen kann über mich. Wenn ihr mehr wissen wollt, fragt was in die Kommentare, oder schreibt was in die Kommentare. Und das war es auch von mir. Und jetzt kommen noch ein paar Outtakes, denn ich bin ein bisschen zu dumm, um zu reden manchmal. Hallo und willkommen auf unserem... Nein, das war falsch. Hallo und willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Ich bin... Was ist denn jetzt wieder? Hallo und willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Ich bin der Dennis, auch bekannt hier... Äh... Och Mann! Und ich bin staatlich geprüfter Assistent für Scheiße, da war Hintergrund für euch. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020